Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Wochenvorschau für die kommende Woche vom 18. Dezember bis zum 23. Dezember. Heute möchte ich mit Euch über die Einflüsse der Enge sprechen und wie sie uns in dieser hektischen Zeit zur Seite stehen können. 2. Lasst uns zuerst einen Blick auf die einzelnen Sternzeichen werfen. 3. Wieder. Du wirst diese Woche eine Menge Energie haben, um all Deine Aufgaben zu erledigen. Die Engel unterstützen Dich dabei, fokussiert zu bleiben und Deine Ziele zu erreichen. 4. Stier. Du könntest diese Woche ein paar unerwartete Glücksmomente erleben. 5. Die Engel erinnern Dich daran, dankbar zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. 6. Zwillinge. Du könntest diese Woche etwas gestresst sein, aber die Engel werden Dir helfen, ruhig zu bleiben und Lösungen für Deine Probleme zu finden. 7. Krebs. Du wirst in dieser Woche eine starke emotionale Verbindung zu den Engeln spüren. Sie senden Dir Liebe und Unterstützung in schwierigen Zeiten, wie immer. 7. Löwe. Du wirst diese Woche viel Selbstvertrauen haben und die Engel ermutigen Dich, Deine Träume zu verfolgen. 8. Jungfrau. Du könntest diese Woche ein paar unerwartete Veränderungen erleben. Die Engel werden Dir helfen, flexibel zu bleiben und das Beste in jeder Situation herauszuholen. 9. Wage. Du wirst in dieser Woche viel Harmonie und Ausgeglichenheit spüren. 10. Die Engel ermutigen Dich, Dich um Deine Beziehungen zu kümmern und Frieden zu schaffen. 10. Skorpion. Du könntest diese Woche einige aufregende Möglichkeiten haben. 11. Die Engel erinnern Dich daran, mutig zu sein und neue Wege zu gehen. 11. Schütze. Du wirst in dieser Woche viel Glück haben. 12. Die Engel senden Dir positive Energien und unterstützen Dich bei Deinen Zielen. 12. Steinbock. Du könntest diese Woche ein paar Herausforderungen haben. 13. Aber die Engel werden Dir helfen, standhaft zu bleiben und Deine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 13. Wassermann. Du wirst in dieser Woche viel Kreativität und Inspiration spüren. 14. Die Engel ermutigen Dich, Deine Ideen umzusetzen und Deine Träume zu verwirklichen. 15. Fische. Du könntest diese Woche einige romantische Momente erleben. 15. Die Engel senden Dir Liebe und Harmonie in Dein Leben hinein. 16. Abschließend möchte ich noch die Glückspilze der Woche erwähnen. 16. Ja, diese Woche haben Wider und Skorpion besonders viel Glück auf ihrer Seite. 17. Die Engel senden Ihnen positive Energien und unterstützen Sie bei Ihren Vorhaben. 17. Das war meine Wochenvorschau für alle Sternzeichen. Ich wünsche Euch allen eine wunderschöne Woche und hoffe, diese Informationen waren hilfreich. 17. Bitte Daumen nach oben und liken. Danke. Tschüss.